Heute die verschiedenen Arten von Lehrern. Haben Sie die Arbeiten korrigiert? Ob ich die dabei habe? Ich kann es euch nur immer wieder sagen. Ich habe noch ein Privatleben, ich habe auch noch andere Klassen und wir haben die Arbeit erst vor drei Monaten geschrieben. Soll ich euch was sagen? Ich habe da noch nicht mal reingeguckt. Ja! Oh, dann kann ich zaubern oder was? Die ganze Zeit geht doch her, Mann! Drei, zwei, eins, Ruhe! Und wir lassen doch los! Jetzt ist aber... Komm, ich habe Zeit. Das ist von mir aus, stehen wir hier bis morgen. Klasse, es tut mir leid. Meine Katze hat sich heute Morgen übergeben. Alles gut gegangen. Ihr habt ja sicherlich schon mal mit den Aufgaben weitergemacht von letzter Stunde. Ich muss ganz schnell noch mal was kopieren gehen. Ich bin gleich wieder da. Diese Burg, die wir gerade behandeln, das erinnert mich dann jedes Mal daran, wie ich meiner Frau da den Heiratsantrag gemacht habe. Jetzt sind wir 16 Jahre verheiratet, ne? Ja, das hat er dann! Du kommst einfach um 16 Uhr, dann kaufen wir uns das Spiel in der Stadt und dann... Ben! Halt die Fresse! Geht doch. Guten Morgen!